Klar, eine Vorrunde kann man machen, wer es braucht, aber du musst bei sowas insgesamt, bist du da, wenn du, sagen wir mal, in so einem Turnier dann auf Dauer Spanien und am Schluss Italien, ganz klar. Das ist, du musst da, und der Paolo Rossi, den musst du in die Senzen rein, der schießt ja nur mal fünf da, aber wenn der Stilige muss, oder der Bremen, der Bremen, und der Müller am Paresi kommt vorbei normal, und dann muss er halt noch den Dino zoffen, und dann haben wir's, dann sind wir da, dann verliert Italien wieder gegen uns, die haben ja nie gewonnen gegen uns.